Ich weiß nicht, warum ich in die Schule muss. Sag noch mal, sag noch mal, was du gerade gesagt hast. Ich habe das nicht ganz verstanden. Ich möchte Bauarbeiter werden. Ja. Da muss man nicht schreiben können. Ich fahre nur Fahrzeug. Ach so. Und muss man da bei dem Fahrzeug nicht schreiben? Nee. Aber du musst ja trotzdem auch rechnen können und gucken können, wie hoch die Mauer sein muss und wie tief das Loch sein muss. Das muss man alles berechnen. Ich bin doch nicht jeder Bauschiff. Ich fahre nur einen Bagger und alle anderen Fahrzeuge, sonst nichts. Ja, aber wenn du einen Führerschein machen willst, musst du ja auch lesen können. Wer eine Führerscheinprüfung macht, du musst ja erst eine Führerscheinprüfung machen und da sind Fragen, die muss man erst mal lesen können. Und da muss man einen Bremsweg ausrechnen, da muss man ausrechnen können, wie schwer ein LKW beladen werden kann. Warum muss ich das alles machen? Komm! Vielen Dank. Anders. Untertitelung des ZDF, 2020